moin moin sanfte grüße wir haben sonntag den vierten siebten 9 uhr 31 ich habe mich dazu entschlossen zwei getrennte wege zu gehen dass ich halt hier über youtube halt meinen jäger dopper spiele halt das heißt dass ich dort eine levelphase auf youtube hochlade halt und über twitch lasse ich dann halt meine meine höherwertige charaktere wie doppelstiel doppelte schalte spielen da dort hat der 9 1 ab jetzt schon aktiviert ist wie man ja sieht bin ich dort auf der gegend von kors ja und wir haben hier nur horde charaktere und bis hier alles nur horde gut und der jäger doppelste einzeln ganz klar also spielen wir heute jäger doppel auf youtube und die anderen damit die videos nicht zu lange gehen halt habe ich so mir überlegt dass es heute die level phasen hat immer so wie sagt man spontan maximal 30 wie mehr daumen je nachdem wie lange was für eine quest da ist hat das vielleicht 40 minuten hätte werden damit man das natürlich besser ablohnen kann und damit da auch der kanal mehr besucht wird halt man gott endlich war richtig vernünftig ausschlafen könnte ich war wichtig ja ihr könnt rauskommen leute könnte ja eigentlich hat drei tiere sind ja eigentlich alles als verfügende aber warten wir haben ja unser interface wenn man die aktionslechten rechts und rechte und rechte 2 ok wenn man da den weitschlucker hier unten unser rapaturm und flug bringt uns nichts so wie viele favoriten habe ich ja wohl schon sagen hier den wollen wir doch haben und so was wollen wir wenn wir das strand ja ich höre euch was sagen wir müssen den Briefkasten geben ja hier ist auch einer Nummer 62 Leute danke haben die noch nie einen Baum und wir kennen sehen Mann, 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 Mann muss ja wieder irgendwie fest sein oder was haben wir hier ach, die Blümchen haben wir Bäume raus, her damit geht ach ne, das war ja nicht der Fallschlitter, schade das war Es ist so großartig. und zwar die bildernrose hier jetzt die ist der auch noch bekommen ach ist das soweit bis zum strand vielleicht haben wir glücklich filmen wir noch einen werben auf hier irgendwo cool wärs wieder eine lütter los über die hütten ecke Abhauen ist nicht weil da unten müssen nur noch sein da ist ein roter Totenkopf dann gucken wir uns einfach mal an was da abgabelt ich muss näher ran da und wird es kam zu 4 unser würgetan das ohne würde park track track Aber egal was soll es, Planschen, ein bisschen Wasser Müssen ja mal ein bisschen sauber werden Was ist denn hier los, oh Manni, her mit dem Erz Ich bin außer Reichweite Das ist zu weit entfernt So 192 Meter bis zur Quest Fragezeichen sehen wir ja schon Dann mal gucken Was uns da so erwartet Hips, hips, hips Boah, ich hab doch hier eigentlich noch Was ist hier? Okay, oh Ja perfekt, dass er gleich schon da ist Dann nehmen wir die erstmal Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Ja, das ist hier Du bist da Wichtig Ich bin außer Reichweite Und hier bin ich der schon es ist hier die hier für mich ist hier Zip. Schönen Tag alles kält, mach mir. Die breiten sich aus wie die Pest-Tier, die Möllox. Ach, den hätte ich gar nicht mehr gebraucht, okay. Die. 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 Die gibt's hier natürlich auch am anderen Strandende. Ja, mit kleiner Wurf Wurf. Fast recht. jetzt haben wir alle jetzt wieder zurück level 17 sind wir ja gewohnt level 18 jetzt werden mit den questabgaben glaube ich mal nicht dass man zu schnell mischt auf die karte gucken ach der hoch wieder oh gott dann laufen wir mal nach da oben auf dem weg trinken wir was was ich doch alle nur so 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 ist so 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 Das ist hier voll mit Monolox, ey. Ist ja wie ne Pest hier, ey. Das ist hier voll mit Monolox. Findet das Eiste fast in der Nähe des verfallenen Kamins und durchsucht es nach eurem nächsten Hinweis. Okay. Gegenschuss. Ja, Gegenschuss ist gut, damit können wir heute Zauber unterbrechen. Ich bin außer Reichweite. Aber wir wollen ja hier runter jetzt. Irgendwo gibt's hier er, hier ist erz. Hier stehen wir eindeutig im Weg. Aua. Aua. So wie, wir haben mit dem ganzen Zeug hier. Ich muss näher ran. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Wir password das, oder was ist sicher? Besuch's? Take her? Ja. Weil es ist gut. Sieht nicht nur für Verschisiung. da haben wir ja gleich glück dass da oben der nicht der kamin ist schauen wir ob das oben geschaltet wird besucht die lehren hänke krug neben der windmühle nach dem nächsten hinweis hänke krug erstmal will ich das ärztatum noch haben das gibt asche normal jetzt normal asche dann machen wir hier kurz pause das ist das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020